Schönen guten Tag, mein Name ist Wolf Roth vom PIKO NRW e.V. Und ich freue mich ganz besonders, heute den Herrn Dr. Erik Wallis, Politikberater und Kampagnen-Experten zu Gast zu haben. Erik, Kampagne ist ein relativ alt hergebrachtes Wort, steht eigentlich für etwas ganz anderes, als man heute so damit im Kontext verbindet. Ja, das ist in der Tat wahr. Also die Kampagne kommt eigentlich aus unserer kriegerischen, menschlichen Vergangenheit und es war die Zeit, die ein Heer im Feld verbracht hat. Gehen wir davon aus, dass wir uns kulturell weiterentwickelt haben. Heutzutage ist es so, dass der Kampf zumindest in den demokratischen Gegenden auf der Welt mit Worten gefochten wird und heutzutage ist darum die Kampagne in ihrer Wortbedeutung ein Produkt aus Kommunikation und Intervention, friedfertiger Intervention. Und insofern etwas Kommunikatives und damit auch mit so dieser Veränderung der Wortbedeutung sieht man eben auch so eine Veränderung in unserem kulturellen Leben, kulturellen Wandel. Wir haben uns eben darauf spezialisiert, uns mit Argumenten, mit Worten, mit Kommunikation zu fechten. Und das ist ein entscheidender Fortschritt, aber das ist eben auch schwierig. Und darum wollen viele Leute wissen, wie macht man das und was kann man dabei falsch und was kann man dabei richtig machen? Also man möchte es an Beispiel des amerikanischen Wahlkampfs gar nicht glauben, dass wir uns wirklich zivilisatorisch so weit davon weg entwickelt haben. Aber genau das ist die Frage. Was macht eigentlich eine gute Kampagne aus? Wie geht man das an? Ja, eine gute Kampagne zu machen ist ganz einfach und ganz schwer. Eine gute Kampagne besteht grundsätzlich aus drei Sachen. Wir müssen den Menschen sagen, was die Probleme sind, die wir sehen, die wir verändern wollen. Dann müssen wir den Menschen zeigen, wer wir sind und dass nur wir das verändern können. Und dann müssen wir den Menschen natürlich auch zeigen, wohin wir wollen und wie wir das verändern wollen. Das ist ganz wichtig. Das ist auch der große Zusammenhang zwischen Positiv-Campagning und Negativ-Campagning. Also es gibt kein Positiv-Campagning ohne Negativ-Campagning. Es gibt keine bessere Zukunft ohne ein Problem im Jetzt. Das heißt, wir müssen immer auf ein Problem heute hinweisen. Darum ist es auch oft Quatsch, wenn Leute sagen, nee, aber wir machen kein Negativ-Campagning, hat der Chef gesagt. Das geht nicht. Ich kann niemanden dazu überzeugen, die Welt zu verändern, mitzumachen, die Welt zu verbessern, wenn es nicht zu verbessern gibt. Und das ist so das Grundsätzliche. Und das Wichtigste natürlich bei der Kampagne ist, dass man sich erstmal hinsetzt und Gedanken darüber macht, was man da eigentlich machen will, dass man erstmal eine Analyse macht. Der größte Fehler, der gemacht wird, ist, dass man einfach anfängt, kreativ zu sein. Da kommen dann ganz eigenartige Vorschläge bei raus. Aber Kreativität gehört dazu, oder? Ja, aber es ist einer der späteren Schritte. Zuerst einmal sollte ich überlegen, worüber muss ich kreativ sein? Worauf kann ich meine Kreativität fokussieren? Denn ansonsten bricht sich die Kreativität Bahn und man sitzt sozusagen zwei, drei Tage und einem fällt nichts Gescheites ein, weil man gar nicht weiß, wohin will man, was will man eigentlich erreichen? Darum ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte bei der Kampagnenplanung ein gutes Ziel zu haben. Und ein messbares Ziel zu haben, was auch realistisch zu erreichen ist. Ah, da kommen wir zu dem Punkt, messbare Ziele sollten es aber schon sein. Also nicht irgendwohere Ziele der gesellschaftlichen Veränderung, sondern konkrete Ziele, die auch zu benennen sind. Genau, das ist eigentlich ein großer Knackpunkt auch bei Kampagnen, der auch eben oft falsch gemacht wird. Man sagt, ja wir wollen gehört werden in dem und dem Bereich, wollen Aufmerksamkeit erzielen. Da frage ich dann immer, welche Aufmerksamkeit wollt ihr erzielen? Wie wollt ihr sie messen? Da reichen ganz einfache Antworten. Wir wollen eine Webseite aufsetzen und wollen von null auf tausend Sichtungen oder tausend Likes oder bei Facebook und so weiter. Das sind messbare Ziele, damit kann man arbeiten, damit kann man seinen Erfolg bemessen. Und ganz wichtig bei der Kampagne ist ja nicht nur die Gesellschaft zu verändern, Ideen in die Gesellschaft einzubringen, sondern wir wollen natürlich, also was heißt wir wollen? Das ist das, was wir wollen, aber davor steht eben das, was wir machen müssen. Wir müssen sozusagen zusammenarbeiten mit einer Gruppe von Menschen und dass diese Menschen als Gruppe zusammenarbeiten, dafür brauchen sie ein Schnittmengenziel, ein gemeinsames Ziel, das ihnen auf diesem Weg immer wieder zeigt, dass sie noch auf diesem Weg sind. Denn niemand verändert die Welt alleine und Kampagnen, das geht einfach in den wenigsten Fällen. Kampagnen werden nicht alleine geführt. Man ist gemeinsam in einer Kampagne. Es gibt unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Expertisen, man bringt Sachen voran. Egal ob zivilgesellschaftlich, in Vereinen oder ob es Unternehmen oder politische Parteien machen. Es ist immer eine Gruppenarbeit. Und in dieser Gruppenarbeit ist es einfach wichtig, ein gemeinsames Ziel zu entwickeln. Und wenn dieses gemeinsame Ziel ist, wir wollen in einem Monat tausendmal auf unsere Webseite, dass unsere Webseite angeklickt worden ist, dann kann diese Gruppe nach einem Monat eben gucken, aha, wir sind noch in diesem Ziel drin und dann ist der Boden dafür bereitet, weiterzumachen. Und wenn man diese Möglichkeit nicht hat, das zu reflektieren, dann wird es irgendwann nicht weitergehen. Weil man seinen Erfolg nicht sieht oder eben auch nicht nachsteuern kann. Und man wird Leute verlieren, die dann nicht mehr mitmachen. Das heißt, es ist ganz wichtig eigentlich für diesen Zusammenhalt der Gruppe, die die Kampagne organisiert vor allem, dass man sich messbare realistische Ziele gesetzt hat. Nun, dann denke ich, ein gemeinsames Ziel ist ja schon schwierig genug, das bei verschiedenen politischen Ansichten dann unter einen Hut zu kriegen. Aber es wird wahrscheinlich noch mehr Handwerkszeug dazu gehören, als nur ein Ziel zu definieren. Ja, auf jeden Fall. Also da kommt erstmal ein ganzer Berg an Analysen dazu, den man machen muss. Und das ist einfach wichtig, sich vorher für das Feld, in dem man eine Kampagne machen möchte, erstmal vor Augen führt. Wo stehe ich? Wer bin ich? Was kann ich? Und wie verhält sich der Rest der Welt zu mir? Einfach auch, um zu sehen, wo liegen die Chancen, die sich in so einem Feld ergeben für mich? Denn Chancen sollte man nutzen. Ich will das an einem Beispiel zeigen. Also wenn gerade in Amerika alle über Trump reden, dann ist die Chance für mich gehört zu werden, mit meinem Thema, auch wenn ich über Trump was zu sagen habe gerade. Ich nutze sozusagen eine Chance für mich im politischen Diskurs. Wenn die Grünen vor der Bundestagswahl den Veggie Day fordern, dann war das, wir erinnern uns an ein paar Jahre zurück, war das relativ unklug, das einfach so zu machen. Wann mache ich das? Wann fordere ich den Veggie Day? Wann macht es Sinn, einen Veggie Day zu machen? Wann ist die richtige Chance dafür? Es gibt nur eine mögliche Chance, wann ich einen Veggie Day fordern würde als Grüner. Das ist, wenn der nächste Fleischskandal passiert. Und wir können uns sicher sein, dass in den nächsten zwei Monaten irgendwo, auch in NRW wahrscheinlich wieder irgendein Fleischskandal passieren würde. Das ist für mich als politischer Akteur die Herausforderung zu sagen, ich mache meine Schublade auf, nehme meine Pressemitteilung raus und sage, wäre es nicht mal günstig darüber nachzudenken, weniger Fleisch zu konsumieren. Wir wollen es ja nicht verbieten, aber Massentierhaltung sorgt eben auch dafür, dass wir große Fleischskandale immer wieder haben. Und die schaden unserer Gesundheit. Das heißt, diese Chancen muss ich vorher ausloten, darüber muss ich mir Gedanken machen. Und darum muss man sich in diesem Feld einfach vorher aufstellen mit einer sogenannten SWOT-Analyse. Da geht es um Stärken, Schwächen, Chancen und die Risiken, die mich betreffen. Das heißt, zunächst mal beschäftigt man sich mit sich selbst, um dann nach außen zu gehen. Ganz genau. Ganz genau. Du musst erstmal wissen, was du kannst und was du nicht kannst. Das ist eigentlich das Wichtigste. Weil bei einer Kampagne geht es nicht darum, die Welt zu überzeugen. Bei der Kampagne geht es darum, Menschen zu überzeugen, die sich überzeugen lassen wollen. Und das werden nie alle sein. Wir sind eine plurale Gesellschaft. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Meinungen. Wollen wir eine Idee den Menschen näher bringen, müssen wir davon ausgehen, dass wir uns auch gegen bestimmte Menschen entscheiden, die wir niemals kriegen werden. Und insofern ist es immer wichtig, sich vorher diese Gedanken gemacht zu haben. Okay. Das heißt aber auch, man sollte genau wissen oder möglichst genau wissen, wer eigentlich von mehr als politischer Gruppierung angesprochen wird. Also wer bei einer Zielgruppe ist, nehme ich mal an. Genau. Das ist ziemlich wichtig. Also wir sollten uns darüber bewusst sein, wenn wir sagen, wir haben die und die Themen, dass das nicht Themen für alle Menschen sind. Das ist einer der wichtigsten Punkte in der Kampagne, dass man fokussiert bleibt auch. Nicht nur mit dem, was man am Ende sagt, immer wieder das Gleiche sagt. Das ist auch ein wichtiger Punkt in der Kampagne. Aber auch mit dem, was man den Menschen vermitteln möchte und eben auch bei sich bleibt und bei der Gruppe von Menschen bleibt, die man überzeugen will. Dass es nie Botschaften für alle sind auf der Welt. Es kommt ganz oft in den Kampagnen dazu, dass Leute von ersten Erfolgen getragen werden und dann merken, Ja, mich hat der und der angesprochen. Das ist auch ein Thema. Das müssen wir jetzt unbedingt noch in unseren Flyer reinschreiben. Das ist für mich der Punkt zu sagen, nein, ihr hattet schon Erfolg. Ihr müsst jetzt erstmal mit dem weitermachen, was ihr habt. Es geht nicht darum, alle zu überzeugen. Die Details sind nichts, was man in einer Kampagne regelt. Das passiert in den politischen Gremien. Das passiert, wenn wir uns politisch miteinander auseinandersetzen oder mit unserem politischen Gegner auseinandersetzen. Eine Kampagne ist Kommunikation über Politik, eine politische Kampagne. Aber keine Politik. Das muss man sich von vornherein bewusst machen. Das würde aber bedeuten, dass die Leute, die fordern, man möge sich bitte auf die Kernthemen besinnen, von der Zielrichtung schon genau richtig liegen, um damit eine Kampagne zu bestreiten. Ja. Ich will mal sagen, jein. Wichtig ist, dass man die Ebene einführt, Politik und Kommunikation über Politik. Das ist der Knackpunkt. Die Forderung nach Kernthemen allgemein macht keinen Sinn, wenn man diese Trennung nicht einführt. Kernthemen machen Sinn, wenn man sagt, in der Kommunikation über Politik brauchen wir wenige Themen, die das Grundsätzliche berühren, womit wir die Menschen überzeugen und mitnehmen können. Dass wir auch tausend andere Themen haben, wo wir wichtige und gute Arbeit machen, mit denen wir allerdings nicht identifiziert werden, wo wir weniger Chancen haben, gehört zu haben. Das ist in der Tat wahr. Aber das ist die Politik, die wir trotzdem machen. Hat nichts damit zu tun, hat weniger damit zu tun, wie wir über unsere Politik kommunizieren. Es ist doch ganz klar, dass in der Kommunikation über die Politik, die wir machen, wir diese Politik kommunizieren, mit der wir die größten Chancen haben, gehört zu werden und gewählt zu werden. Und nicht all das Kleine, was wir auch im Täglichen machen, zu kommunizieren. Dann wird man uns nicht verstehen. Wir werden die Menschen verwirren. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen erstmal das Grundsätzliche in der Kommunikation über Politik kommunizieren. Das ist halt ganz wichtig. Das bringt mich zurück. Du hattest eben den Begriff Spot-Analyse gebracht. Das ist aus dem Kontext Wirtschaft, Industrie, wo es vielfach eingesetzt wird, auch um Personalentwicklungsmaßnahmen zu machen. Da beschäftigt man sich mit Stärken, mit eigenen Schwächen, auch denen der Gegner, der politischen Gegner oder der Mitbewerber? Ja, auch. Also die Spot-Analyse ist ein ganz allgemeines Tool. Das kann man überall benutzen. Das kann man auch benutzen, um seinen Haushalt zu regeln. Um festzustellen, wie man seine Wohnung optimieren kann zum Beispiel, kann man das auch nutzen. Der grundsätzliche Punkt bei der Spot-Analyse ist, dass ich mich selbst in Beziehung zur Welt setze und gucke, was sind meine eigenen Stärken und was sind meine Schwächen. Und dass ich aber auch gucke, was sind die Schwächen der anderen und was sind deren Stärken. Es ist ja klar, dass deren Stärken meine Risiken sind in der politischen Kommunikation und deren Schwächen könnten durchaus meine Chancen sein. Das heißt, wenn mein politischer Mitbewerber einen großen Fehler macht, ist das für mich die Chance, etwas zu sagen, was eben meine Position ins rechte Licht drückt. Das heißt, ich muss es als Chance wahrnehmen. Die Spot-Analyse ermöglicht es mir, analytisch sich vorher Gedanken gemacht zu haben, was sind mögliche Chancen. Man redet viel über Analysen. Ich habe gesagt, es ist ein ganzer Berg an Analysen nötig. Das stimmt. Es ist ein Berg an Analysen nötig, aber diese Analysen müssen nicht vier Stunden dauern. Ich kann eine Spot-Analyse, können wir beide jetzt hier innerhalb von einer Minute machen, wenn wir nur eine Minute Zeit haben. Ich will damit sagen, es ist immer auch ressourcenabhängig. Es soll niemanden davon abhalten, eine Kampagne zu starten, der hört einen Berg an Analysen. Ganz im Gegenteil. Der soll nur hören, bevor ich anfange kreativ zu werden, mache ich erstmal eine Analyse. Wenn ich nur drei Minuten für die Analyse habe, habe ich nur drei Minuten. Aber diese drei Minuten Analyse werden helfen. Die werden schon helfen, die Kampagne in die richtige Richtung und ins richtige Licht zu rücken. Das heißt, es ist aber auch dann für uns, wo wir ja in den letzten Jahren immer mehr wahrnehmen, dass die Aktiven nicht mehr ganz so häufig sind, immer noch ein gangbarer Weg, dass wir sagen, wir beschäftigen uns mit dem, was wir als Zielvorgabe haben. Wir stellen Analysen, soweit es machbar ist, mit den Ressourcen an und begeben uns erst dann auf den Weg und nutzen dann auch die Ressourcen, die wir haben, dafür. Ganz genau. Das ist ganz wichtig. Und was ich überhaupt, was ich immer noch für einen der wichtigsten Punkte halte für euch ist, diese scharfe Trennung einzuführen zwischen der Politik vor Ort, die ihr macht, wo ihr euch miteinander streitet und reibt, was ganz wichtig ist in der Politik. Andere Parteien machen es nicht, machen es nicht mehr. Nicht öffentlich, ja. Ja, genau. Der Punkt ist ganz einfach, dass man diese Trennung deshalb einfühlt und sagt, wie wir uns politisch streiten, das ist unsere Sache, damit können wir offen umgehen. Wenn wir über unsere Politik kommunizieren, dann fokussieren wir uns auf die Sachen, für die wir auch in der Gesellschaft als Experten dastehen schon und müssen uns dort auch fokussieren. In der Kommunikation über Politik, in der Kampagnenplanung geht es nicht mehr um Details, ob dort fünf Euro mehr oder dort sechs Euro weniger. Da geht es nicht mehr darum. Da geht es eigentlich nur noch darum, Lösungen zu finden, wie man das Thema kommunizieren kann. Das heißt, wir nehmen uns aber dann auch Themen, für die andere uns als Experten einstufen, selbst wenn wir gar nicht die Ressourcen vor Ort dafür haben. Das hat nicht zwingend was miteinander zu tun aus meiner Sicht. Also das sagt euch ja, die SWOT-Analyse wird euch zeigen, wo ihr gute Chancen habt, wo eure Stärken liegen. Und jeder Berater wird euch sagen, baut an euren Stärken. Das ist wie im Persönlichen. Ich weiß, dass ich manche meiner Schwächen wahrscheinlich nie überwinden werde, aber ich habe die Chance, meine Stärken auszubauen, denn dafür wird man gemocht. Das ist das, was die Leute von einem akzeptieren. Es ist schwierig, die Leute davon zu akzeptieren, was man eh nicht hinkriegt. Das ist immer das Allerschwierigste. Darum ist es wichtig, sich auf die Stärken zu fokussieren, auf die Chancen, die im Feld liegen, die einem die Welt bietet. Die Ressourcenfrage ist dann eine ganz andere. Es kann natürlich sein, dass ich ganz viele Chancen gesehen habe und meine Stärken sehe und mich dann fragen muss, ja okay, ich habe ja, ach krass, ich habe ja gar nicht so viele Ressourcen. Dann kann ich nur sagen, wer entscheidet am Ende darüber, was in der Kampagne passiert? Nachdem ich all diese Analysen gemacht habe, wer entscheidet darüber? Es sind immer nur die Ressourcen. Der effiziente Einsatz meiner Ressourcen. Wenn ich nur 100 Euro habe für eine Kampagne, dann habe ich nur 100 Euro. Aber dann kann ich damit trotzdem eine Kampagne machen. Wenn ich nur 1.000 Mitglieder habe, dann habe ich nur 1.000 Mitglieder. Aber die Kampagne, die ich konzipiere, wird genau dafür ausformuliert sein, für diese 1.000 Mitglieder. Und der Faktor, der das sozusagen ermöglicht, ist, dass wir uns vorher ein Ziel gesetzt haben. Ein realistisches und messbares Ziel. Das ermöglicht es uns, in diesen Bahnen weiterzuarbeiten. Das ist genau so der Knackpunkt, den es immer gibt. Viele Leute verbrennen ja auch in Kampagnen, weil sie merken, das Ziel wurde zu hoch gesetzt. Man hat sich keine Gedanken über die Ressourcen gemacht. Man hat gleich alles am ersten Tag ausgegeben. Man hat aufs falsche Pferd gesetzt. Mit einer guten Planung kann ich sagen, ich gebe am ersten Tag das aus, in der Mitte meiner Kampagnenphase das. Und am Ende spare ich mir noch das auf, um das machen zu können. Das kann ich mit 100 Euro machen, das kann ich mit 1.000. So mache ich es aber auch mit 200.000 oder mit einer Million. So machen das alle Kampagnen. Und ich kann auch mit noch weniger Geld, also bei Geld sprechen wir ja, also bei Ressourcen sprechen wir ja nicht nur über Geld. Das sind auch Leute, die es umsetzen. Genau. Es sind Leute, es ist sozusagen Menschen, Zeit. Heißt aber, erfolgreiche Kampagnen kann man gestalten, selbst wenn man nur beschränkte Ressourcen, ob jetzt nur Geld oder Leute, zur Verfügung hat, wenn man es entsprechend zielgerichtet einsetzt und geplant vorgeht. Genau. Und die wichtigste Ressource ist Menschen mit Zeit. Vor allem im politischen Bereich ist das die entscheidende Ressource, wenn man Ideen in der Welt verankern will. Und wir sprechen ja gerade über Ideen, die ihr in der Welt verankern wollt. Also da geht es nur darum, andere Leute zu überzeugen, ein nettes Gespräch zu machen, ihnen zu zeigen, wo bestimmte Fragestellungen liegen, über die sie sich vielleicht noch keine Gedanken gemacht haben, die aber vielleicht für sie relevant sind. Es geht um politische Ideen. Das Wichtigste für euch ist die Ressource Menschen und Zeit. Menschen, Zeit. Menschen, die Zeit mit anderen Menschen verbringen. Menschen, die die Möglichkeit haben, am Computer einen Flyer zu entwerfen, weil sie das einfach können und das in zwei Stunden mal eben machen. Andere Menschen, die die Zeit haben, diese Flyer zu bestellen. Und andere Menschen wiederum, die die Zeit haben, diese Flyer dort zu verteilen, wo es für euch wichtig ist. Also das finde ich ungeheuer beruhigend, weil wir haben in früheren Jahren tatsächlich auch auf Zeit verbrannt, Leute verbrannt, weil wir das überfordert haben, nicht mit der richtigen Zielsetzung rangegangen sind. Und jetzt momentan natürlich auch der Punkt ist, wir sind nicht die reichste Partei, aber wollen natürlich trotzdem einen so guten Wahlkampf wie möglich machen, um unsere wenigen Chancen, die wir haben, auch optimal zu nutzen. Damit kommen wir dann zum nächsten Part. Wie mache ich das dann, wenn ich mir ein Ziel vorgestellt habe? Und da sprechen wir dann gleich weiter drüber.